Das Einzige, was bis jetzt richtig eklig war, war Kotze. Wie toter Fisch. Police! Open the door! Open the door! Open the door! Du musst Quicktime-Event machen, falls du kommst. Okay, drei, zwei, let's go! What the? Let's go! Oh, shit! Das ist so smart! Oh mein Gott! Okay, ich hab jetzt meine Hände hier auf dem Schuss. Ja. Was sagst du? Du sagst die ja als Zeitung, glaub ich, ne? Also so, ja. Emotion of a bitch! Wir waren gleichzeitig, ich hab's gesehen. Ja, wir waren voll im Kot. Wir waren richtig im Konzept nicht. Dann trinkt keiner. Wir sprechen uns jetzt einfach immer ab. Wir nicken uns zu und dann machen wir gleichzeitig. Ja, hallo, Baby. Komm, Baby, komm. Ja, Gibi, komm, 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 komm. Hey, neidig, hast du dich. Ich war ganz kurz. Warum sind bei meinem Game... Emotional, damn it! Ja, ich war die Letzte. Ja, ich trinke gleich. Warum machst du gleich den Finger an die Nase beim Erschrecken? Was bist du denn für eine? Das ist ja zweifelig. Ah! Ich hab als erstes! Ich hab als erstes! Oh, das ist ein Hund. Ich hab als erstes. Hast du die Finger die ganzen Zeit? Ja, der hatte... Das ist T-Ting! Darf ich jetzt... Okay, Hände auf die Tür. Okay, aber all die müssen Strafschott jetzt hängen, oder? Das ist wie dieses Schiff, ey. Ich will nicht gucken. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich wusste, er kommt durch da, aber ich hab ich... Nee! Nee! Warte! Nee! Warte! Ja! Oh Scheiße, doch! Fuck it! Fuck it! Meine Güte, Basti! Ja, toll! Oh mein Gott! Warum passiert denn jetzt hier so viel?